Der Mythos von Komfort und Sicherheit, so ein großes Thema, was uns immer wieder vorgelebt wird und immer wieder erzählt wird, dass es ein erstrebenswerter Zustand ist, in einer Blase von Komfort und Sicherheit zu leben. Und ich empfehle aber dieses Konstrukt, diese Idee davon, so früh wie möglich in deinem Leben zu hinterfragen, ob das wirklich was für dich ist. Das, was ich jetzt sage, ist meine Erfahrung und auch, was ich bei anderen beobachtet habe. Das heißt nicht, dass es für jeden zutrifft, aber offen und ehrlich mal zu hinterfragen, ob dieses Konstrukt von Sicherheit und Komfort, was wir immer so halb unbewusst anstreben, ob das überhaupt das ist, was du suchst. Die Sache ist, wir nehmen viel in Kauf, um dieses Konstrukt aus Komfort uns zu bauen. Wir denken eigentlich in so einem Happily Ever After, was bei Märchen immer dieses, und dann lebten sie glücklich bis an ihr Lebensende. Wir denken immer, dass das das Ziel ist, weil wir bauen uns ein Haus, wir opfern uns über Jahre, damit wir diese finanzielle Sicherheit haben. Wir bauen dann dieses Haus, wo wir eine Familie reinbasteln und dann Kinder. Und wenn das dann da ist, dann sind wir glücklich, dann sind wir erfüllt, dann haben wir dieses Haus an Sicherheit. Und ja, und dann, was dann? Die Sache ist, das Leben geht immer weiter und es kommen immer wieder neue Herausforderungen. Und dieses Bild an Harmonie, was wir versuchen zu erreichen dadurch, ist in meiner Beobachtung von der Welt, ist eine Lüge. Weil die Kinder werden irgendwann auch Teenager. Und ich habe bei vielen Leuten gemerkt, dass die Eltern damit Probleme haben, wenn die Kinder plötzlich zum Beispiel eine eigene Meinung haben. Und dieses Haus oder diese Blase an Komfort und Sicherheit wird damit sehr schnell torpediert. Wenn wir jetzt auch gar nicht so weit schon denken, sondern wirklich nur dieses eigene Konstrukt, was wir im Kopf haben, diese Sicherheit und Komfort, ist eigentlich, und das ist ein bisschen schwer zu hören vielleicht von vielen, wir verstecken uns vor der Welt. Die Welt ist nicht unbedingt immer nett, sie ist nicht unbedingt immer schön. Also generell, das Leben ist schön, die Welt schon, aber das, was wir daraus gemacht haben, nicht unbedingt. Das ist gemein, das ist Ellenbogen, das sind Ängste, da ist Frustration, da ist vieles mit drin. Aber eben auch was viel Schönes. Aber diese Blase, die wir uns bauen, ist eigentlich ein Wegrennen vor der Realität da draußen. Und ich habe das bei vielen Leuten gemerkt, dass je mehr sie in sich versuchen, eben dieses Komfort, diese Utopie der Harmonie aufzubauen, desto mehr sie sich von der Außenwelt abschotten. Das heißt, ihre Meinungen werden stärker, werden starrer. Ihre Vorstellungen, was akzeptabel ist, wird starrer, wird kleiner. Und ihre Ziele und Pläne werden auch immer kleiner. Die Welt für diese Leute, wenn man auf dieses Harmonie, Sicherheit und Komfort und so hinarbeitet, die Welt wird immer kleiner, weil wir uns gegenüber dem abschotten, was wir nicht wollen. Wir haben Widerstand gegen andere Meinungen, wir haben Widerstand gegen Konflikt, wir haben Widerstand gegen eine gewisse Form von Unkomfort, also Diskomfort, also so irgendwas, was uns unkomfortabel und nicht so gut fühlen lässt, bauen wir dagegen einen Widerstand auf und wir ziehen uns zurück in dieses Harmonie-Loch. Das ist, was viele auch eben mit Familie und Beziehungen und sowas machen. Man baut sich so sein Nest und kuschelt sich da so ein. Und das ist schön, das kann viel Schönes haben. Aber auf der anderen Seite, ja, schotten wir uns damit vor anderen Realitäten auch ab. Und es gibt auch so Sprüche, ist jetzt ein bisschen fies, dieses Video wahrscheinlich, aber naja, diesen Spruch, so viele Leute sterben mit 30 und werden aber erst mit 70 begraben. Und das spiegelt für mich so dieses Nestbauen, dieses Komfortdenken wieder, weil wir einfach nichts mehr von der Welt hören wollen, wenn wir dann so 30 sind oder so Mitte 30. Wir werden so gefestigt, wir haben so unsere Karriere, wir haben so unseren Weg und ich will gar nicht mehr, dass irgendwas anderes an mich rankommt. Was, ich habe da noch Ängste, die ich, nein, die will ich nicht angucken. Ich habe da noch irgendwelche Sachen, die mich bedrohen, nein, die will ich nicht angucken. Dass dieses Bedürfnis nach Harmonie, das ist was sehr Schönes, aber es ist eben auch sehr gefährlich, finde ich. Weil wir als Menschen, ich habe schon das Gefühl, ich sage nicht, es ist so, aber dass wir irgendwie, wir wollen wachsen, wir wollen neugierig Neues entdecken. Das ist, was uns als Kind ausmacht, dass wir, warum wir auch so schnell lernen als Kind, dass wir immer Neues entdecken wollen. Wir fallen hin, wir tun uns weh, wir steigen aber wieder aufs Fahrrad. Auch wenn wir zehnmal hinfliegen, wir steigen wieder aufs Fahrrad. Wir haben eine Angst oder so irgendwas, wo wir Nervenkitzel kriegen, da wollen wir hin. So, oh, da ist eine dunkle Tür am Ende der Straße, so, oh, was ist da drin? Oder, oh, der Baum ist so hoch, was ist da wohl? Oh, da sind irgendwie, da sind Vögel, die spielen, will ich gucken, was machen die? Gehe ich da hin, interagiere ich damit? Das ist irgendein, oder ein Hund, der bellt, das ist so irgendwie, oh, der bellt auf mich, bellt mich, aber die Kinder sind trotzdem irgendwie neugierig. So, warum macht er das? Ich will das anfassen, ich will da hin. So, wir wollen lernen, wir wollen wachsen, wir wollen Neues erfahren. Und dieses Streben nach Komfort und Sicherheit ist genau das Gegenteil davon. Das Streben nach Komfort und Sicherheit ist, ich will nichts mehr erfahren, ich will nichts mehr Neues lernen, ich will einfach, dass alles so bleibt, wie es ist. Ich will mich zurückziehen und das kann man vielleicht mit 70, 80 machen und dann seine Abenteuer oder so auf sein Leben zurückblicken und denken, das war interessant und dann sitzt man in den Cafés und reflektiert über sein Leben und dann ist das okay. Aber nicht mit 30, nicht mit 40, glaube ich. Wie gesagt, ist nur ein Denkanstoß, muss nicht auf jeden zutreffen. Das Streben nach Komfort und Sicherheit impliziert auch oft oder der Gedanke daran impliziert auch, dass wir es genießen, nichts zu tun. Und wir wollen auch so in der Rente so endlich dieses Nichtstun oder wir wollen auch dieses Harmoniebedürfnis und wir wollen auch nichts tun und dann einfach liegen am Strand, Cocktail schlürfen und ich will nichts tun, erschaffe dir mal diese Zeit, erschaffe dir mal zwei Wochen von Nichtstun im Urlaub zum Beispiel. Plane mal gar nichts. Ja, vielleicht zwei Wochen, vielleicht kriegt man das gerade noch hin. Ich glaube, ich war auch mal ein paar Wochen ziemlich faul auf Reisen, aber ein Mensch will nicht nichts tun. Ich glaube das nicht. Wir wollen irgendwas erleben. Es muss nicht unbedingt Karriere sein, es muss nicht unbedingt in diesen Konstrukten sein, die wir kennen. Aber wir wollen irgendwie die Welt entdecken, wir wollen lernen, wir wollen irgendwie entdecken, wer wir sind, wer die Welt ist, was wir alles Tolles machen können. Es ist auch so ein Irrglaube, denke ich, dass wir nichts tun wollen. Das stimmt nicht. Auch so auf der Arbeit, wenn wir damit ein bisschen Frieden schließen, können wir vielleicht auch Arbeit ein bisschen mehr genießen, weil wir nicht, ach, wenn du mal einen Monat lang oder ein paar Monate lang nichts tust, wirst du das merken. Aber die meisten Leute schaffen es nicht, halt so ein Konstrukt sich mal aufzubauen, wo sie mal länger Zeit nichts tun müssten. Wir würden anfangen zu malen, zu schreiben, zu machen, zu basteln, zu irgendwas Elektrisches aufzubauen, irgendwas zu machen. Wir würden irgendwas machen. Das hat auch einen Grund, warum alle Rentner irgendwie Gärtner werden, weil man muss, also Menschen wollen tun. Vielleicht nicht das, was wir vorgelegt bekommen, vielleicht nicht in einem Office sitzen, aber wir wollen basteln, wir wollen tun, wir wollen machen, wir wollen mit Menschen interagieren. Ich glaube, wenn wir lang genug eine Ruhefaser hätten, dann würde das automatisch aus uns wieder rauskommen. Also ich sage mal so, je mehr wir nach Komfort und Sicherheit streben, desto kleiner wird unsere Welt und je mehr wir neugierig sind und uns von Neugier und Nervenkitzel und auch sowas wie Ängsten oder sowas leiten lassen, und so im Sinne von, oh, da ist irgendwas, das habe ich noch nie gemacht, da will ich mal gucken, was das mit mir macht, wenn ich das konfrontiere. Wenn wir eben, ja, dieser Neugier folgen, dann wird unsere Welt größer. Und ich merke das auch bei sowas wie dieser Rentenvorstellung bei vielen Leuten, wenn wir 30, 40 Jahre uns nur auf Sicherheit fokussieren, uns ein Leben aufbauen, das uns so wenig wie möglich herausfordert und dann immer vorstellen eben, ah, wenn ich in der Rente bin, dann gehe ich reisen, dann mache ich das alles, dann gehe ich in die Welt hinaus, dann ziehe ich, wenn wir uns 30, 40 Jahre nur darauf programmiert haben, Sicherheit zu suchen, dann kommt man mit 60 Jahren oder 70 nicht mehr aus diesem Muster raus so schnell. Das ist nicht so, ah, jetzt war ich 40 Jahre in meiner Sicherheitsblase, jetzt gehe ich raus und ich gehe reisen, ich gehe backpacken durch Indien, das ist mir alles egal, ich habe keine Angst. Und so ist es nicht. Wir trainieren uns 30, 40 Jahre darauf, quasi Angst vor allem zu haben. Wir trainieren uns davor, bloß nichts zu riskieren. Und das finde ich so gefährlich, weil ich sehe das bei vielen Leuten, die älter werden, ich sehe das bei meinen eigenen Eltern und so, dass man sich in einer Bubble, in einer Blase aus Sicherheit befindet und da will man dann nicht mehr raus. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir schon im Leben uns eben die Herausforderungen suchen, die uns selbst neugierig machen, die uns selbst interessieren. Das muss nämlich nicht unbedingt die Karriereleiter sein, sondern bei mir ist es zum Beispiel jetzt gerade dieses Projekt Bühnenerfahrung sammeln. Ich will ins Theater, ich will auf Bühnen stehen, was ich jetzt ja auch angegangen habe. Und weil ich gemerkt habe, ich will gerne irgendwas Neues ausdrücken, ich weiß aber noch nicht genau wie. Auf Bühnen stehen, das ist irgendwie für mich, das ist Nervenkitzel, das ist nicht easy. Vor Leuten was präsentieren, Angst vor irgendwie sowas wie Bewertung von anderen und so, all diese Sachen. Es gibt so wenig Leute, egal ob introvertiert oder extrovertiert, es gibt wenig Leute, die total cool sind, wenn sie auf Bühnen gehen. Das gibt es wahrscheinlich auch gar nicht. Irgendwie ist da immer ein Nervenkitzel dabei. Nervenkitzel ist aber nicht schlecht. So Ängste davor sind auch nicht schlecht. Das ist eigentlich ein Indikator dafür, dass wir da etwas Neues erleben können. Etwas, was uns herausfordert, das ist etwas, das uns danach auch ein gutes Dopamin ausstößt, im Sinne von, ich habe etwas geleistet. Ein Glücksgefühl von, guck mal, da habe ich etwas konfrontiert. Ich bin durch einen gefährlichen Weg gegangen und ich bin auf der anderen Seite irgendwie gesund rausgekommen oder habe das einfach gemeistert. Und sich diese Art Challenges, diese Herausforderungen zu suchen, ist, denke ich, ein guter Weg, um dieser immer kleiner werdenden Welt entgegenzuwirken. Dass wir immer wieder sagen, so, okay, ich habe eine andere Meinung vielleicht als mein Nachbar. Ich will nicht mit dem reden. Na, vielleicht doch mal reden. Vielleicht doch mal rausgehen und sagen, so, ey, wie siehst du denn die Welt? Und dann gucken, was das mit einem macht und dann nicht direkt so forsch werden, sondern einfach mal zuhören und gucken, was ist deren Weltvorstellung. Und weil sonst, was mit Angst, was Angst mit uns so vielen macht, das sieht man ja auch in den Medien. Uns wird dauernd Angst gemacht. Und Angst vor Fremden, Angst vor dem Fremden, Angst vor allem, was fremd ist, ob Menschen oder Situationen. Alles, was neu und sowas ist, das sind wir nicht gewöhnt, weil wir uns eben immer auf dieses Komfort- und Sicherheitsding beschränken. Und wenn wir uns aber trainieren, immer wieder was Neues zu machen, auch vielleicht einfach im Urlaub mal zu sagen, ich mache mal alleine Urlaub. Ich gehe jetzt mit einer Gruppe surfen lernen. Oder auch wenn man 40 ist oder 50 ist, ich gehe jetzt in ein Surfcamp und lerne surfen. Warum nicht? Sich mit neuen Sachen konfrontieren. Nicht immer an den gleichen Urlaubsort fahren. Nicht immer den gleichen Weg zur Arbeit nehmen. Nicht immer nur mit den gleichen Leuten reden. Das sind so wichtige Sachen und so schöne Momente, wenn man seine Angst da quasi überwindet, um seine Welt größer zu machen. Das Verständnis von Menschen und der Welt größer zu machen und seine Ängste auch zu konfrontieren und loszuwerden. Weil, glaubst du, ich konnte vor sechs, sieben Jahren, wo ich noch nicht den ersten Podcast gemacht hatte, mich einfach vor eine Kamera stellen, das Video hochladen und mein Herr Innerstes teilen. Nein, das ging auch nur Schritt für Schritt. Das war so, ey, ich habe Erfahrungen gemacht mit meiner sozialen Phobie, mit meinen Reisen und wie mich das verändert hat. Und irgendwie wollte ich das teilen. Am Anfang war das noch eine Terrorvorstellung, mich vor eine Kamera zu stellen. Mittlerweile, äh. Jetzt ist auch noch so, der Baustein eben wirklich vor Live-Publikum zu stehen. Das kann ich, habe ich auch schon ein paar Mal gemacht. Aber ich will das irgendwie noch freier können und ich will mich da noch mehr öffnen können. Auch wenn ich von 200 plus Leuten beobachtet werde. Und deswegen mache ich jetzt dieses Theaterzeug. Und so Challenges, ähm, oder vielleicht hast du irgendwie eine Idee, ich will mehr lesen, ich will mehr Sport machen, ich will irgendwas und sich in eine neue Gruppe wagen. Das sind so schöne Projekte, die einem immer wieder helfen, die Welt wieder größer zu machen. Und quasi diesem kleinen Schrumpfen der Welt entgegenzuwirken. Und das lege ich dir an die Hand, weil zumindest mal zu hinterfragen und auszuprobieren und sich nicht zu schnell aber auch wieder demotivieren zu lassen. Weil vielleicht findet man auch mal eine Gruppe, eine Sportgruppe oder so, die doof ist, die einen wieder ausstößt. Oder irgendeine Freundesgruppe, die dann irgendwie sich nicht so in die Richtung entwickelt, wie man das gedacht hat. Und dann ist man erstmal wieder, äh, ist man erstmal wieder, würde man sich am liebsten wieder verkriechen. Auf der anderen Seite, ähm, ist das dann auch eine gute Erfahrung im Endeffekt. Also es ist eine interessante Sache. Man hat gelernt, okay, vielleicht ist das nichts für mich. Aber vielleicht eine andere Form davon. Vielleicht, vielleicht mache ich dann erstmal alleine Sport oder einen anderen Sport. Oder eine andere Herausforderung, einen anderen Kurs, eine andere Gruppe, die ich mir suche. Irgendwas, damit die Welt nicht schrumpft. Und uns eben immer mal wieder herausfordern. Immer mal wieder einen anderen Weg zur Arbeit nehmen. Immer mal wieder einen neuen Ort in Urlaub fahren. Immer mal wieder irgendwas, ähm, Neues machen, um die Welt offen für Neues zu halten. Und dann auch, bis zum nächsten Mal.